Hallo, heute möchte ich euch wieder einmal die Suche nach den Eiern eines Zipfelfalters vorstellen. Und zwar in diesem Fall den Kreuzdorn-Zipfelfalter, Satyrium spinni. Die Art frisst ein Kreuzdorn, wie der Name schon sagt, und ist in den meisten Gebieten schon vom Aussterben bedroht oder gar nicht zu finden. Sie ist angewiesen auf sehr warme Standorte, sehr xerotherme Standorte, trockenwarme Standorte. Und das können beispielsweise solche Trocken- oder Magerrasen sein, wie ihr sie hier seht. Also das ist ein hervorragendes Kalk-Magerrasengebiet. Und allerdings auch hier ist der Kreuzdorn-Zipfelfalter vom Aussterben bedroht. Aber das sind solche Gebiete, wo man sich gut vorstellen kann. Wir sehen Wacholder im Gebiet, sehr viele und sehr mageren Standort mit lückiger Vegetation. Und auch nach Süden ausgerichtet. Das heißt, die Sonne scheint aus der Richtung und es ist extrem heiß hier auf diesen Rasen. Und wie schon gesagt, die Art oder Frist an Kreuzdorn. Und hier ist vielleicht für einen Anfänger die größte Schwierigkeit, den Kreuzdorn zu erkennen. Wir sehen hier ein Exemplar, das ist Verbissen von Schafen. Dennoch kann man es ganz gut erkennen. Es ist leicht verwechselbar mit Schlehe beispielsweise oder auch Weißdorn. Allerdings beim Kreuzdorn haben wir ja häufig eben die gegenständigen Äste, Zweige. Und auch die Knospen sind relativ stark und anliegend am Ast häufig. Wobei auch die jüngeren Exemplare, die jüngeren Triebe teilweise wirklich schwierig zu unterscheiden sind von vor allem Schlehe. Auch der Stamm ist der Schlehe sehr ähnlich. Zum Kreuz- und Zipfelfalter an sich kann ich noch nicht allzu viele Erfahrungen beitragen. Ich habe die Art jetzt viermal nachgewiesen. Allerdings, meines Erachtens nach, ist sie trotzdem relativ gut nachweisbar. Und deswegen möchte ich es euch jetzt einfach mal zeigen. Es gibt sicherlich viele Leute mit mehr Erfahrung. Die können vielleicht unter dem Video dann nochmal ihre Erfahrungen beitragen. Aber ich berichte jetzt einfach mal, wo ich sie meistens finde. Und zwar ist es eben an so kleineren Büchern, also die Sträuche sind in etwa bis 1,50 Meter hoch, wo die Eier auch dran zu finden waren. Bevorzugt aber eher in den unteren Regionen, also so bis einen Meter über den Boden. Vermutlich eben auch wegen der Temperatur, weil es da einfach wärmer und trockener ist auf solchen Standorten. Und genau die Eier. Ich habe hier schon mal gerade welche gefunden. Also wir sehen hier, der Busch ist sehr stark von Schafen verbissen worden. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir hier auf dem Kalkmagerasen sind, der auch gepflegt wird noch. Was an sich ein gutes Zeichen ist. Und die Eier sind vor allem in Astgabeln zu finden. Häufig eben auch auf der Astunterseite. Und hier sehen wir jetzt zwei Eier direkt in der Gabel drin. Das ist typisch Kreuzdorn Zipfelfalter, Satyrum spinni. Meines Wissens nach liegt auch sonst keine Zipfelfalterart an Kreuzdorn ab. Das heißt, die Eier sind relativ eindeutig zu identifizieren. Die sind auch so relativ typisch, also wenn man sie mit anderen Zipfelfalte-Eiern vergleicht. Die sind relativ flach. Die Oberflächenstruktur ist sehr, sehr fein. Und sie sind doch relativ markant. Genau, also nochmal kurz zur Wiederholung. Also wir haben bevorzugt kleinere, kleinere Gebüsche. Bestenfalls besonnen. Hier ist der Standort jetzt einfach extrem heiß. Und deswegen ist auch der Schatten wahrscheinlich geht in Ordnung. Häufig aber wirklich direkt in der Sonne und extrem heiße Standorte. Und in den Astgabeln suchen, die Falter legen, was untypisch ist teilweise für Zipfelfalter, relativ viele Eier auch zusammen. Das heißt, man kann an einem Busch auch gut 10, 20, 30 Eier finden, wenn es wirklich ein sehr, sehr guter Standort ist. Und hier sind es jetzt eben, wie gesagt, in dem Beispiel zwei Eier, die direkt zusammengelegt sind. Es können aber auch gut 5, 6 Eier direkt aneinander liegen. Das ist eigentlich auch typisch für den Kreuzternzipfelfalter. Und man kann daher die Art eigentlich auch relativ gut nachweisen, da sie viele Eier legt, meinem Eindruck nach. Nicht so wie bei anderen Arten wie dem Pflaumenzipfelfalter beispielsweise, der dann wirklich nur einzelne Eier legt, kann man hier wirklich richtig viele finden. Und nochmal für die Botaniker unter uns, dass wir uns hier auf dem Kalkmagerrasen befinden, erkennt man an den vielen Orchideen. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel überall das große Zweiblatt, was überall durchkommt. Hier sieht man schon in Blüte teilweise, kommt die Blüte durch. Aber auch sonst sehr viele Orchideen hier auf diesem Rasen zu finden. Wir sehen hier wahrscheinlich Waldhyazinde, die durchkommt. Hier überall Orchideen. Aber auch das Purpurknabenkraut, was auch hier überall mit in diesem Rasen drin steht. Also wir sehen, es handelt sich hier um wirklich einen extrem xerothermen, warmen, trockenwarmen Standort auf einem Kalkgrund. Und das ist einfach perfekt auch für den Kreuzdorn-Zipfelfalter. Auch alte Steinbrüche beispielsweise von Kreuzdorn-Zipfelfalter, in denen sich Kreuzdorn befindet, können hier bevorzugt abgesucht werden. Da es eben sich auch hier wieder solche trockenwarmen Habitate sich bieten. Genau, soviel dazu von meiner Seite. Heute mal zum Kreuzdorn-Zipfelfalter. Viel Spaß bei der Suche. Und noch ein kleiner Nachtrag. Wir sehen auch hier wieder einen Kreuzdorn. Das ist nur wenige Meter von dem anderen Standort entfernt. Aber hier bei der Zypresse, oder bei dem Wacholder. Und auch hier wieder, wir sehen relativ bodennah, nicht allzu hoch, dieser kleine Spike. Und hier drinnen wieder direkt in der Astgabel liegen in dem Fall vier Eier. Schwer zu erkennen. Dennoch, wir sehen vier Eier. Und das ist eben typisch für den Kreuzdorn-Zipfelfalter, dass auch wirklich eine hohe Eizahl zusammenkommt im Endeffekt. Auf einem kleinen Gebiet und auch hier wieder relativ dünne Äste, junge Äste. Das ist das typische Ablöcke-Schema, so wie es mir erscheint. Und das ist das typische Ablöcke-Schema, so wie es mir erscheint. Und das ist das typische Ablöcke-Schema, so wie es mir erscheint.